Okay, heute wird echt ein ganz anderes Video. Ich bin mega aufgeregt, weil das heute wird eine Sache, die mir richtig am Herzen liegt und ja, keine Ahnung. Weil ab heute ist Schluss. Es ist einfach vorbei. Herzlich willkommen in der Welt des Click-Date. Es ist Schluss, aber definitiv nicht mit uns beiden. Wo die Liebe hinfällt, kann man sich halt manchmal einfach nicht aussuchen. Nee, da müssen wir irgendwie durch, alle beide. Erstmal moin moin, herzlich willkommen zurück. So in meiner Küche. In unserer Küche. Es ist aber tatsächlich Schluss, ab heute. Oder heute ist der letzte Tag, sag ich mal, von unserem alten Leben. Und danach nehmen wir Abschied. Scheiße, ey. Und zwar von... Ungesundem Essen, kein Sport, zu wenig Bewegung, Unausgeglichenheit. Ihnen hier. Ja. Bei dir gibt's heute auch Storytime. Ja, Storytime, 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 Storytime. Sehr aufregend. Also falls ihr's noch nicht gesehen habt, auf jeden Fall darf Florians Video bei mir vorbeischauen. Aber jetzt lasst uns direkt mit dem hottesten Tee hier. Das darf ich nicht sagen. Nee, aber wir fangen jetzt an, beziehungsweise Florian fängt an und Florian wollte was super Leckeres machen. Mit Bananen. So pur essen... Nee, will ich nicht. Aber man muss auch solche Bananen nicht wegschmeißen. Die sind von innen noch auf jeden Fall essbar. Hoffentlich. Doch. Nicht, dass du die gleich aufmachst und die sind verschimmelt. Wir gucken mal. Siehst du, von innen... Das hier ist jetzt echt schon ganz schön krass. Also zum So-Essen... Nee. Nee, auf gar keinen Fall. Aber für das, was Florian euch heute zeigen wird, sind sie perfekt. Denn wir machen heute Powerballs. Und nein, das ist kein Sexspielzeug. So, Bananen sind drin. Ja, matsche, matsche. Du matsch die Bananen. Und ich mach schon weiter mit der nächsten Zutat. Und zwar sind das hier Haferflocken. Aber die können wir nicht so verwenden. Die müssen klein gerieben werden. Florian, du wolltest in diesem Video noch was ansprechen, oder nicht? Ja, weil in nächster Zeit halt für uns auf jeden Fall ansteht. Wir haben einen Pakt geschlossen. Wir wollen wieder in better shape kommen. Wir wollen gesund sein. Einfach so ein bisschen auf die Reihe. Ja. Und nicht immer Pizza hier, Pizza da, Burger hier, Burger da. Zum Essen machen, einfach Essen bestellen. Aber dieses Mal wollen wir halt beide mit 100% Kraft und Energie und Motivation durchstarten. Und uns halt auch gegenseitig dabei unterstützen. Ja, ich glaube, das ist viel einfacher, oder? Auf jeden Fall ist das einfacher. Genau, zeig einmal die Bananas. Die sind jetzt matsche. Und dabei gibt's aber eine Problematik, was deinen Kanal angeht, ne? Offensichtlich, weil ich hab einen Kochkanal. Hört man sich das? Du musst lauter reden! Das ist ein High-Quality-Basche! Ich glaub, das reicht auch schon. Ja, darf kein Mehl werden. So, ich erklär einmal ganz kurz das Rezept und dann machen wir weiter mit Real Talk hier. Wir haben kein Rezept dafür. Man macht das immer so ein bisschen frei nach Schnauze. Je nachdem, wie matschig die Bananen sind, wie viel Haferflocken man braucht. Von daher gebe ich jetzt einfach so ein bisschen Haferflocken dazu. Und daraus hab ich jetzt einen Teig gemacht. Dann gebe ich da noch zu meinen Oatmeal-Spice von Just Spices, weil das ist richtig hart lecker. Das ist eine Kakaobohne, Vanille, Kokosraspeln, Zimt und ein bisschen Ingwer. Aber heißt, ein mega gutes Verleih, hat richtig gut Geschmack. Dann kommt dazu Nüsse. Ich hab hier klein gehackte Pekanüsse, Kokosraspeln, bisschen Vanille. Das ist so geriebene Vanille. Man kann auch natürlich richtige Vanille nehmen. Aber kein Vanillezucker, weil in dieses Rezept kommt kein extra Zucker. Es lebt halt alles von dem Zucker, der in den Bananen ist und auch halt im Kokos, in den Kokosflocken. Und jetzt kommt noch Schokolade dazu. Und zwar ist das hier Zartbitterschokolade. Die habe ich vorher geschmolzen. Oh, lass mich mal durch. Seht ihr? Und genau das ist zum Beispiel der Struggle. Florian will an mir vorbei und muss sich quetschen. Ja. Die Schokolade habe ich geschmolzen und die kommt jetzt einfach mit dazu. Für Florian ist halt so ein bisschen das Ding, dass wenn er Videos macht, wie neulich der Pizza-Vulkan oder Burger-Challenge oder irgendwas in die Richtung. Oder die Hotdogs. Ja, dass das halt Sachen sind, die super spannend und cool und aufregend sind. Und die mir vor allem, also das ist ja auch das eine. Ich mache hier auch wirklich Sachen, die mir Spaß machen, die mich interessieren. Weil ansonsten würde es aufgesetzt wirken und das finde ich dann auch blöd. Ja klar. Ne, also ich finde das machst du halt schon auf jeden Fall mega authentisch. Aber oft wenn solche Videos kommen, gab es halt Kommentare wie, ja kein Wunder, dass Jolina so fett ist oder nicht abnimmt. Also und das war noch nett gesagt. Also teilweise sind da Kommentare, wo ich werde dann richtig sauer und ich werde richtig böse. Weil ich sehe, du struggelst dich halt richtig. Du isst wesentlich weniger als ich. Du verkneifst dir öfter mal was als ich. Du gehst zum Sport, ich gehe gar nicht zum Sport. Und dann stehen da solche Kommentare und ich kriege halt so richtig, ich werde so richtig wüten. Ja gut, aber das Ding ist, es wird halt immer Leute geben, die was zu meckern haben. Aber dass wir das halt einmal ganz klar und offen mit euch kommuniziert haben. Nur weil Florian diese Sachen kocht, heißt das ja nicht. Dass wir das uns jeden Tag gönnen. So. Auf gar keinen Fall. Also dann würden wir auch noch ganz anders aussehen. Also definitiv. Also ganz oft sind unsere Freunde da. Das habt ihr ja auch im letzten Video gesehen. Oder Nachbarn kriegen was ab. Oder wir nehmen es mit zur Familie. Meine Mama arbeitet zum Beispiel in einer Obdachlosenhilfe. Und teilt da halt immer das Essen aus. Und da haben wir auch schon öfter Sachen hingebracht. Die freuen sich immer mega. Ja. Also das Ding ist oft ist es halt so, es sind halt keine Gerichte, die so überlebensnotwendig sind. Wie eine schöne heiße Suppe oder sonst was. Aber trotzdem freuen sich halt die Menschen dort, wenn sie halt auch mal irgendwie was Besonderes bekommen. Das ist jetzt gar nicht um uns so als gut Menschen darzustellen. Aber einfach für euch zur Verdeutlichung. Du machst die Sachen, weil sie cool und interessant und für dich natürlich auch eine Herausforderung sind. Aber nicht, weil so ein Loaded Brownie oder Pizza Vulkan unser Everyday Food ist. Auf gar keinen Fall. Und genau wie mit den Bananen. Ich hasse es, Essen wegzuschmeißen. Ja. Und die Problematik dabei ist halt so ein bisschen, ein Pizza Vulkan ist aufregend und cool und spannend. Ja. Und Salat. Wie spannend ist ein Salat? Soweit ist der Teig jetzt. Der ist noch gut matschig, aber halt nicht mehr flüssig. Und jetzt, wie müssen wir daraus? Kleine Kühlchen formen. Was machst du? Ja, dafür habe ich auch jetzt. Ach cool. Wieso hast du mir das nicht gezeigt, als ich die gemacht habe? Hä? Ich weiß auch gar nicht, ob es funktioniert. What? Willst du mich veraschen? Was? Wo hast du das her? Von Chibo mal wieder. Chibo? Ja. Florian ist Chibo verrückt. Also wenn ihr denkt, ich bin schminkverrückt. Gar kein Vergleich. Florian ist Next Level Chibo süchtig. Nein, dieses Video ist nicht gesponsert. Eventuell Clickbait gesponsert. Aber ich glaube, die werden mich auch nie sponsern, weil ich einer der besten Kunden bin. Ja, ohnehin schon. Den würde so viel Umsatz durch mich flirten gehen, das werden die nie sponsern. Die Dinger setze ich übrigens ganz eng aneinander aufs Backblech, weil es ist kein Backpulver oder irgendwas drin, kein Ei. Sie sind vegan. Ja, stimmt. Stimmt. Weil auch in der Schokolade ist keine Milch drin. Das ist ja eine Zartbitterschokolade. Naja, aber auf jeden Fall. Long story short. Das Ding ist, Florian und ich haben den Kampf angegangen und wir werden euch in kommender Zeit auf jeden Fall dabei mitnehmen. Abnehmen in unserer... Es geht nicht nur ums Abnehmen im Sinne von dünn und sexy sein, weil sexy kann man definitiv auch mit Kurven sein. Schau mich an. Nein, aber es geht halt um ein gesundes Leben und für mich gehört da tatsächlich weniger Gewicht dazu. Ja, mein Gewicht ist definitiv nicht mehr gesund. Also es ist nicht mein Ziel, dass ich jetzt auf einmal ein Sixpack haben möchte oder dass ich möchte, dass du mega skinny wirst oder so. Gar nicht. Also darum geht es wirklich gar nicht. Ich will einfach, dass wir gesünder leben. Ja. Bewusster leben. Und da liegt halt ganz, ganz viel am Essen. Danke, Rede kurzer Sinn. Wir machen das Blech jetzt eben noch voll. Auf die Plätze. Fertig. Los. So, Schatz. Hast dein Sport jetzt für heute auch erledigt, oder? Cardio Session definitiv done. Ivana Santa Cruz kann mit ihren Dance Moos einpacken. Tatatata. Das hier sind die Powerballs. Und das Ganze kommt bei 175 Grad für circa 10 bis 12 Minuten jetzt in den Backofen. Dann sind wir zurück in 3, 2, 1. Action. Sehr gut. Wir haben unsere Powerballs fertig gebacken und ich bin mal gespannt, was du dazu sagst, ob die genauso gut schmecken wie deine. Ich bin ja wirklich mal gespannt. Also sie sehen auf jeden Fall schon mal besser und besser portioniert aus als meine. Ja, das liegt an diesem Portionierer. Und ich habe sie... Mega. Und ich habe sie ein bisschen kürzer gebacken. Ah. Meine waren sehr trocken. Ich glaube, ich habe meine zu lange drin gelassen damals. Zwischendurch habe ich halt immer geguckt und vorsichtig gedrückt und habe sie in der Mitte halt so leicht knitschig gelassen, wie so ein Brownie. Perfekt. Geil, ne? Mega. Das ist richtig geil. Das Problem ist, die werden jetzt im Mund immer mehr. Generell für das Rezept noch einmal ganz kurz. Banane, Haferflocken. Das ist eigentlich das Rezept. Und was ihr sonst dazu schmeißt. Nüsse, getrocklte Goji-Bären, ähm, keine Ahnung, was immer euch in die Quere kommt, was gesund ist. Smarties. Ihr seht, wir üben noch daran, dass wir so unsere Healthy Life starten. Bei mir auf dem Kanal wird es aber auf jeden Fall auch mal wieder ein Pizza-Vulkan oder Sachen in diese Richtung geben, wenn ihr sowas in die Quere kommt. Und ich denke, das ist ganz cool. Das will ich euch zeigen, mich interessiert. Das mache ich das. Es wird einfach ein gesunder Mix. Und da sind wir und in erster Linie Florian auch super gespannt, euer Feedback zuzubekommen, wie ihr dazu steht, weil Florian möchte halt mit seinem Kanal, wie bisher, weiterhin euch die echte Realität zeigen. Aber trotzdem irgendwo Sachen machen, die challenging und herausfordernd sind. Ist irgendwie das Gleiche, nur zwei Sprachen. High-Quality-Content. Ja, also es muss halt ein Mix sein. Es muss nah am Alltag für uns sein. Lecker. Mit den gesunden Rezepten. Aber es muss natürlich auch mal hier und da so ein kleiner Kracher kommen. Deswegen, um das nicht zu verpassen, definitiv Florians Kanal abonnieren. oder das Blöckchen drücken. Und weil euch das Video hier gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen hoch da. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Tschüss. Deko rücken. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin.